Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, egal was ist hier oben zu stehen. Und da kann man die ganzen Sachen machen, die man eigentlich nie machen dürfen. Zum Beispiel Mikro ins Publikum halten. Oder Lumpenschnitte aufstellen. Und wir dürfen das sein, was man küsse. Ich hoffe euch geht's gut, ihr müsst da relativ viel Sex starten hier, Herr Schaden. Alles okay? Dann sage ich harte Männer. Das sieht ihr. Und harte Frauen auch? Harte Frauen? Harte Frauen, genau. Alles klar, wir sind ja bis sieben. Deswegen kommt von der Situation. Ihr kommt da irgendwo hin und ein Freund von euch wird verprügelt. Und ihr denkt, ah scheiße, was mach ich? Helfe ich Ihnen, kriege ich selber die Fresse vor. Weil die anderen sind 10 und ihr seid noch nicht weit. Helfe ich Ihnen nicht, haben Sie am Ort so was schlechtes gewissen, dass alles noch viel schlimmer ist. Helfe ich Ihnen lieber, kriege ich die Fresse vor. Showdown! 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 Ja, 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 ja. Auch das, auch das doch eigentlich, wir haben sich das Spiel. Auch das glauben wir uns. Das ist ein Schattenlehrer aus Frankfurt. Ich glaube, ich brauche noch mehr Bier. Das ist ein Schattenlehrer aus Frankfurt. 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 Schattenlehrer aus Frankfurt und sabri twice zum Rebellion. Versuchung Stuhl- nagiere theatre. Syrien, g selektioniert. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018